Möchtest du wissen, was kosmisch und irdisch gerade an Energien für uns unterwegs sind und wie wir sie nutzen können? Dann herzlich willkommen zu meinem aktuellen Energie-Video. Heute mal wieder früh am Morgen, frisch vom Frühsport. Und es ist immer so genial, wenn ich draußen wandern kann, so halbe bis eine Stunde, dann kann ich sehr, sehr gut die irdischen und kosmischen Energien fühlen. Aber natürlich ist es noch viel besser für mich, wenn ich gerade in der Nacht mal aufwache und Impulse bekomme, die ich euch dann wie jetzt weitergeben kann. Außerdem werde ich dann im Anschluss wieder Engelkarten ziehen. Es geht also heute wieder um die Sonnenstürme, die Schumann-Frequenz, auch um den Maya-Kalender und was uns da erwartet. Ja, und eine Vision, wie wir die aktuelle Power-Energie, das, was ich seit ein paar Tagen Mutwelle nenne, nutzen können. Fangen wir mal mit den kosmischen Energien an. Die Schumann-Frequenz ist ja immer in Verbundenheit mit den kosmischen Energien, die Schumann-Frequenz, der Puls unserer Erde. Und die Schumann-Frequenz ist sehr entspannt seit zwei Tagen. Allerdings ist es auf der Sonne deutlich weniger entspannt, was dann trotzdem bei feinfühligen Menschen dazu führt, dass diese Grenzen, die wir natürlicherweise haben und auch dringend brauchen, unsere Abgrenzung zur Außenwelt, mal dichter, mal offener, sehr ins Wanken kommt. Und dann prasseln auf uns, selbst wenn wir uns sehr gut ausrichten, wenn wir meditieren, bei uns bleiben und viel für uns tun, gut für uns sorgen, dann prasseln trotzdem mal Eindrücke von außen, mal so richtig tief in uns hinein. Ich spüre das, weil ich mit einer sehr großen Community verbunden bin, auch sehr stark. Dazu brauche ich noch nicht mal Nachrichten zu hören, Radio zu hören oder Zeitung zu lesen. Ich bekomme ja durch die Energien alles mit. Ich lese eure Kommentare sehr intensiv und höre und lese natürlich auch darin sehr klar, was bei euch im Feld los ist. Deutschland, Schweiz, Österreich ja hauptsächlich, aber ich habe ja auch Begleiterinnen und Begleiter auf der ganzen Welt, die regelmäßig meine Videos anschauen. Vielen Dank dafür, für eure Wertschätzung und euer Vertrauen. Jetzt im Moment ist es wirklich so, dass ab und zu diese irdischen Impulse der Erde gekoppelt an die sehr, sehr aktiven Sonnenenergien dazu führen, dass sowohl unser Erdmagnet fällt, immer mal wieder in die Knie geht, was alle Menschen und alles Leben auf der Erde, auch die Natur, durchschüttelt. Wenn starke Sonnenstürme auf die Erde prasseln, dann spürt man es sogar in der Börse. Ich habe ein eigenes Video zu den Sonnenstürmen und Schumannfrequenzen gemacht, das verlinke ich mal hier oben, falls du das noch nicht kennst. Und jetzt im Moment ist es ein bisschen wie ein Flipperspiel, so könnte ich das vergleichen. Die Kugel versucht man im Flipperspiel irgendwo hinzuschießen, aber wohin sie geht, weiß man nicht genau. Es sei denn, man ist super, super geübt, aber selbst da spielen so viele Variablen eine Rolle, dass man einfach nicht weiß, wohin geht der Flipper heute wieder. Und aktuell, seit anderthalb Jahren, gibt es nicht nur ein oder zwei Flipperkugeln im Spiel, sondern sehr, sehr viele. Diese ganzen unterschiedlichen Meinungen, Wahrheiten, Vermutungen, Spekulationen prasseln auf uns ein. Es ist so schwer, immer noch und weiterhin alles auszusortieren. Ich habe jetzt wieder einen Kommentar gelesen von einer Frau, die meine Videos sehr wertschätzt, aber ganz klar gesagt hat, ich bin da nicht deiner Meinung und ich habe da nur geantwortet, das ist in Ordnung. Also jeder Mensch hat das Recht auf eine eigene Meinung und die ist naturgegeben, auch immer etwas anderes als die von anderen Menschen und das ist in Ordnung. Das sollte es jedenfalls sein, für mich ist es das. Und dennoch, diese vielen Flipperkugeln im Flipper fliegen uns aktuell dauernd um die Ohren. Und ich möchte hier alle ermutigen, ich bin ja gerade so in der Mutmachwelle, ich möchte euch ermutigen, dass ihr trotzdem entspannt bleibt, trotzdem gelassen bleibt, trotzdem in eurer Liebe, in eurer Selbstfürsorge, in eurer Hingabe bleibt. Denn dann passiert etwas Großartiges. Das habe ich schon oft gerade in den letzten anderthalb Jahren gesagt. Wenn wir weich werden, durchlässig werden, dann fließen diese Wellen, ob das kosmische Wellen, irdische Wellen, Emotionswellen von anderen Menschen sind, durch uns durch. Ich vergleiche das ganz gerne mit einer Burg, also jeder Mensch hat mehr oder weniger seine eigene Burg, sein eigenes Leben, vier Wände oder mehr. Wir bewegen uns innerhalb dieser Burg, innerhalb unseres privaten Lebens. Und diese Mauern der Burg sind ein bisschen unsere wichtigen, natürlichen Grenzen. Wenn wir allerdings diese Grenzen richtig kämpferisch dicht machen, weil wir innerlich Angst haben oder weil wir aggressiv sind dem Leben gegenüber, was meistens zusammentrifft, dann haben wir auf dieser Burg oben, auf dem Wehrgang, so nannte man das früher, ganz viele Soldaten stehen, die auf alles schießen, was nur im geringsten Abstand an uns rankommt, also selbst im weitesten Abstand. Und das ist natürlich für unser Umfeld sehr, sehr anstrengend, wenn wir ständig auf alles schießen, uns ständig aggressiv, wütend wehren und auch ständig in Angst und Sorge sind. Wenn wir aber vorne das Burgtor öffnen und hinten den Notausgang öffnen, dann können die Leute rein und auch direkt wieder raus. Und wenn uns jemand tatsächlich mal angreifen konnte, dann rennt er vorne rein und stürmt in großem Schwung automatisch hinten raus. Und das meine ich. Also schau, ob du dich im Moment wieder mal panisch oder aggressiv gegen dein Umfeld wehrst und eben abwehrend bist, bis hin zu überfallend, obwohl jemand nur friedlich an dir vorbeigehen möchte oder vielleicht auch freundlich mit dir sprechen möchte. Ob du alles persönlich nimmst und dann direkt ins Drama gehst oder in den Angriff gehst. Und wenn das so ist, dann hol mal deine Soldaten von der Burgmauer und spüre mal wieder den Frieden. Öffne deine Burg und sag, das Gute, Wahre und Schöne, das, was mich nährt, darf jederzeit hereinkommen. Und das, was mich angreift, hat so viel Schwung, dass es einmal durch den Burggarten rennt. Am besten hast du dann einen schönen geraden Weg, der direkt hinten rausführt. Und so schnell kannst du gar nicht gucken, dass dieser Mensch, diese Energie wieder aus deinem Feld rausgeflogen ist. Und so mache ich das. Wenn ich spüre, dass ich wütend bin, auf etwas reagiere, weil zu viele Menschen sich bei mir ausweinen und ihren ganzen Müll bei mir abladen, dann reinige ich mich komplett durch, lasse mich von den höchsten Dimensionen einmal durchspülen, tauche richtig tief in die Erde ein. Ich habe diese Phönix-Meditation gemacht. Da möchte ich jetzt in diesen Zeiten gerade nochmal dran erinnern. Die habe ich letztes Jahr online gestellt. Die hat schon vielen, vielen Menschen geholfen. Ich verlinke sie hier oben. Einmal so richtig tief in die Erde sinken, sterben und wie ein Phönix aus der Asche neu erstehen. Und ich hatte ja auch ein Video speziell zu dieser besonderen Zeit und gekoppelt an ein Visionsbild vor einiger Zeit veröffentlicht. Das verlinke ich auch nochmal hier. Ich nenne das Ganze ja Phönix-Zeit. Das alte stirbt, das neue entsteht. Ja, voller Mut und Power und Kraft. Also schau, wie du damit umgehen kannst. Denn die Sonnenstürme werden uns in nächster Zeit höchstwahrscheinlich wieder ziemlich intensiv treffen. Ja, das war lange sehr ruhig auf der Sonnenoberfläche und jetzt steigert sich die Aktivität wieder. Deshalb ist es wichtig, entspannt, stabil und gewappnet zu sein. Das habe ich ja schon sehr oft gesagt. Ich möchte wieder daran erinnern. Und jetzt kommen wir zu meiner Vision. Ich bin ja sehr, sehr verbunden mit unserer Sonne, unserem Heimatstern, Natur gegeben, weil ich ein Sonnenkind bin. Nicht umsonst haben meine Eltern mich Sonnenjahr genannt. Und das trifft es wirklich. Ich bin sehr verbunden. Vor 20 Jahren, als mein neues Leben begann, habe ich mich ganz intensiv mit Sonne verbunden und bin auch eingetaucht in diese Kraftquelle, in diese wunderschöne, bewusste Intelligenz und habe mich heilen lassen. Das war neben der Kraft der Engel ein Heilungsimpuls allererster Güte für mich. Deshalb bin ich verbunden und bekomme Infos. Und was jetzt zusätzlich zu dieser mutmachenden Energie, die wir von Sonne geschickt bekommen, dann kommt, ist die Aktivität und auch Reaktivierung unseres dritten Auges. Das fand ich großartig, als ich das in dieser Nacht empfangen habe. Es gibt ja Menschen, die ihr drittes Auge schon sehr, sehr aktiv immer wieder reinigen, öffnen, damit arbeiten und Menschen, die keine Ahnung haben, was das bedeutet. Ich möchte in den nächsten Tagen ein Video zum Thema Intuition machen. Speziell eben für diese Aktivierung des dritten Auges, die für mich jetzt erstmal eine ganze Weile aktiv ist. Also so fühle ich das. Das dritte Auge, für die, die sich damit noch nicht auskennen, steht als Chakra für unser Bewusstsein. Das Kronchakra darüber ist unsere Anbindung an das Göttliche, an die Schöpfung, dieses All-Eins-Sein. Wir haben ja viele Hauptenergiezentren entlang der Wirbelsäule, vom Wurzelschakra Steißbein bis zum Kronenchakra, oben am höchsten Punkt unseres Körpers. Und dazwischen, darunter liegt eben das dritte Auge. Von den Farben her ist es meistens dunkelblau oder violett dargestellt. Da scheiden sich ein kleines bisschen die Geister. Ich nehme es auch als violett wahr. Und mit dem dritten Auge, kommt mir gerade in den Sinn, sieht man besser. Entschuldigung. Das ist ja die schöne Werbung vom ZDF. Mit dem zweiten sieht man besser Quatsch. Aber tatsächlich, mit dem dritten Auge, nehmen wir das Unbewusste in uns, aber das Überbewusste zusätzlich wahr. Wir sehen die Magie des Lebens. Und das bringt mich wieder zum Maya-Kalender. Das passt wundervoll zusammen. Wir sind in der weißen Magierwelle. Für mich ist es immer so ein schöner zusätzlicher Impuls, mal im Maya-Kalender nachzuschauen, was steht an. Am 20. September haben wir auch wiederum einen Portaltag. Da werde ich aber auch noch ein eigenes Video zu aufnehmen. Und wenn wir jetzt also diese magische Energiewelle, die im Maya-Kalender eben gerade aktiv ist, nutzen, Ich verlinke unten auch den Kanal von meiner lieben Kollegin Jamila Metish, die Expertin für den Maya-Kalender ist. Kannst du nochmal nachschauen, was sie darüber sagt. Wenn wir also jetzt diese Aktivierung des dritten Auges und die Aktivierung dieser starken Magie des Lebens koppeln, verbinden, nutzen, dann sehen wir eben hinter diese ganzen uns aufgedrückten Dinge, hinter dieses Spiel, hinter diese Illusion und Matrix. Und ich habe es schon vor zwei Jahren gesagt, die Matrix wackelt massiv. Diese alte Matrix zerbröselt und zerbricht, während sich das neue Leben, diese neue Kraft aufbaut, die wir eben das goldene Zeitalter oder die neue Zeit nennen. Wenn du also für dich etwas tun möchtest, dann kannst du mit deinem dritten Auge meditieren. Du kannst deine Augen schließen. In der Meditation spürst einfach mal deinen Körper, von Kopf bis Fuß und dann konzentriere dich auf den Bereich zwischen deinen Augen, ja, so an der Nasenwurzel, sagt man. Es ist spannend, also Menschen, die etwas älter sind, deren Augenmuskeln schon etwas eingerostet sind. Ich mache jeden Morgen in meiner Meditation mein Augentraining, die liegende Acht in beide Richtungen und die aufrechte Acht in beide Richtungen und dann nochmal weit gucken und nah gucken. Damit die Augenmuskeln trainiert werden. Und wenn du dich dann eben auf dein drittes Auge konzentrierst, quasi so ein kleines bisschen schielst und einfach bewusst nicht denkst, alle Gedanken einfach vorbeiziehen lässt. Wenn einer kommt, einfach wie eine Wolke vorbeiziehen lassen und wieder in die Leere gehen, in die Leere zwischen deinen Augenbrauen. Und du wirst spüren, wie du dich entspannst, wie du tiefer in dich und dein gesamtes Sein hineinfließt, wie du das Göttliche spürst und die Einheit spürst, die du bist. Vielleicht mache ich eben dazu, wie gesagt, noch eigene Videos, weil ich das sehr, sehr wichtig finde. Für mich gehört das mit zur Lichtkörperaktivierung, damit wir immer höher schwingen. Und um höher schwingen zu können, gilt es eben auch das dritte Auge zu berücksichtigen. Ja, also wie gesagt, im Moment sind die Energien auf der einen Seite zum Glück etwas ruhiger, siehe Schumann-Frequenz, auf der einen Seite sehr angespannt, siehe Sonnenaktivität. Gleichzeitig ist eben diese Magie im Feld, die uns die Augen, alle drei, öffnet für die Schönheit der Welt. Wir können uns weichfließend hingeben, ja, im eigenen Flow sein und können dafür, wenn wir das möchten und wenn wir daran glauben, natürlich auch kosmische Unterstützung holen, ob das unsere Engel sind, Krafttiere, aufgestiegene Meister, all die Wunderwesen, die eben tatsächlich energetisch vorhanden sind auf dieser Erde, die aber eben mit dem menschlichen Auge nicht sichtbar sind, aber mit dem dritten Auge. Das wiederum ja auch an unseren Bauch und unser Herz gekoppelt ist und uns eben mit allen Sinnen diese Magie fühlen lässt. So, wie versprochen, nochmal Engelkarten für die nächsten Tage, in diesem Fall für das kommende Wochenende. Ich nehme dies ja jetzt am Freitag auf und wir schauen mal, was Körper, Geist und Seelenimpulse von den Engeln für uns kommen. So, einmal eine Engelkraft für den Körper, für den Geist und Oh, okay, nehmen wir die. Ein Impuls für die Seele, aus der Seele für die Seele. Es ist ja im Grunde alles Seele. Die Seele ist ein Synonym für unsere Einheit, aus der wir kommen, aus der wir uns kurz getrennt haben, um jetzt das Leben zu erleben, um dann wieder zu verschmelzen. Deshalb hat der Tod für mich, auch wenn er schmerzhaft ist, keine Schrecken, weil ich wieder mit der Einheit verschmelze. Dazu habe ich auch ganz viele Videos gemacht, Ende letztes Jahr. Also wenn du immer noch ein Thema mit dem Tod hast, dann kannst du dir gerne mal meine Videos anschauen. Einfach in der Suchmaske auf meinem YouTube-Kanal das Wort Tod eingeben und dich mal von mir inspirieren lassen. Das ist so heilsam. Der Engel für den Körper sagt, bitte habe Zeit für deinen Körper. Sorge gut für deinen Körper. Dein Körper braucht einen liebevollen Zuspruch und möchte wirklich auch mal hören, dass er wundervoll ist. Die meisten Menschen kommunizieren überhaupt nicht mit ihrem Körper, was dazu führt, dass der Körper sich vernachlässigt fühlt und dann muss er, wenn er zu schlecht behandelt wird, einfach Schmerzimpulse geben, Krankheitsimpulse geben. Und um dem vorzubeugen, also ich bin ja ein Fan von Vorbeugen, natürlich, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, gibt es viele, viele Möglichkeiten, sich darum zu kümmern. Aber besser ist es, das Kind fällt gar nicht erst in den Brunnen. und deshalb einfach mal Dankbarkeit für den Körper, sich selbst mal wirklich wieder in die Arme nehmen, streicheln und sagen, danke, danke, liebe Zellen, dass ihr für mich da seid, mich am Leben haltet, damit meine Seele auf der Erde ihre Erfahrungen sammeln kann. Also rufe den Engel des liebevollen Zuspruchs und erkenne, dass du insgesamt ein Wunder auf zwei Beinen bist. Und ich glaube, ich mache nochmal ein Video zum Thema, warum es so wichtig ist, stolz auf sich zu sein. Also nicht im übertriebenen Sinne hochmütig und sich über andere stellen, sondern einfach mal stolz sein und sagen, wow, das habe ich super gemeistert. Da war ich mutig, da war ich kraftvoll, da bin ich auch mal über eine alte Grenze hinweggegangen, habe mich getraut, etwas zu tun. Ja, wie eben hier im Sternenschöpfungslicht des Mutes auch in der Botschaft gesagt. Ich habe ja ein Video dazu gemacht, verlinke ich mal hier oben. Also sei auch mal stolz auf dich. Und das ist nichts Verwerfliches. Ich weiß, dass wir das anerzogen bekommen haben, dass wir nicht stolz auf uns sein dürfen. Ganz ehrlich, Bullshit. Das ist gut und das tut gut. Für den Geist, unser Engel, der Engel der Fülle. Ja. Spüre, dass da in deinem Geist, in deinem Bewusstsein unendliche Fülle herrscht. Eine Fülle an Ideen, Impulsen, Inspirationen, Lösungen für alle Probleme, die du hast. Dein Geist, dein Bewusstsein ist pure Fülle. Was ich in meinen Meditationen regelmäßig mache, ich setze mir die Krone auf als Inbegriff für meine Führerschaft über mein eigenes Leben. Ich bin die Königin in meinem Leben, so wie du die Königin oder der König in deinem Leben bist. Und auch das hat nichts mit Überheblichkeit zu tun, sondern es ist ein Symbol dafür, dass ich an mich glaube, mir, meinem Urteil, meiner Wahrheit vertraue, meinen inneren Impulsen. Und daran möchte dich der Engel der Fülle in Bezug auf deinen Geist erinnern. Du bist für dich der wichtigste Mensch und du hast alle wichtigen Impulse in deinem Geist, die du brauchst, um ein gutes, glückliches Leben zu führen. So, zum Abschluss, das goldene Engelleuchten als Seelenimpuls. Das goldene Engelleuchten ist eine Collage, die ich vor vielen Jahren gemacht habe, die ich sehr, sehr liebe. und sie bedeutet für mich pure Transformation. Also Transformation in die tiefsten Tiefen meines Seins. So wie ich das vorhin sagte in Bezug auf diese Phönix-Meditation, dass wir wirklich mal in unsere Urgründe, in denen so viele Schätze stecken, die überdeckt sind von unseren alten Glaubensmustern, die uns klein machen, dass wir da hinein abtauchen und die Schätze bergen, die darin stecken. So viele Talente und auch so viele wunderschöne Werkzeuge für diese wilde, chaotische Zeit, damit wir mutig und tapfer auf unserem Weg bleiben und zu unseren Wahrheiten und Kräften auch stehen können. Also lade den Engel des goldenen Engelleuchten ein, um gemeinsam mit dieser Kraft in die Tiefe zu tauchen und deine Schätze zu bergen. Ich hoffe, dieses Video hat dir gut getan, hat dir etwas Mut geschenkt, dich motiviert, vor allen Dingen dein drittes Auge wieder zu aktivieren oder endlich zu aktivieren. Es gibt viele tolle Möglichkeiten zu recherchieren, was das dritte Auge kann. Sei einfach mal selber aktiv und schau, wenn du mehr darüber wissen willst, was du da findest. Ich bin ja für Selbstverantwortung und ich wünsche dir ganz viel Freude, ein wunderschönes Wochenende und ganz, ganz liebevolle Grüße hier aus Mallorca. Bis bald, deine Sonja Ariel. Wir sehen uns.